hallo hier ist martin von money monkeys das ist die dax analyse für dienstag den 25 januar 2022 und unser dax hat hier ordentlich geknallt er hatte richtig was rausgezwirbelt zwar unten wie oben also wir haben definitiv auf der unterseite richtige momentum gesehen wir hatten darüber gesprochen dass man ganz 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 vorsichtig sein soll und wirklich sich die ersten zwei stunden genau angucken soll ich glaube das war ein ganz guter hinweis zumindest wenn man darauf gehört hat da eben auch noch das stückchen zu warten weil die erste stunde von acht bis neun natürlich sowas von nach oben angezogen hat dass da bestimmt einige schon schon shorts wieder verworfen haben oder oder einfach halt auch auszustopft worden halt ne und dann lang reingekötert worden und dann hat er sich noch nach unten gehauen dann war nichts wir hatten gesagt nach zehn uhr noch neue tageshochs dann kann es ein konter werden dann kann er richtig nach oben durch blubbern das hat er nicht getan hat sich zehn uhr auf neue tagestiefs geworfen und das hat man ja gesagt wäre dann eben freifahrts schein um unten noch ein bisschen weiter zu machen und ein bisschen weiter zu machen bis in den bereich um 15.400 und wenn er eben richtig übertreibt auch rein in die 15 1 50 15 100 das sollte dann so ein bereich sein in dem der dax wieder ganz gut stabilisieren könnte hat mir gestern gesagt pustekuchen war es unten hier aus dem chart rausgefallen er muss ich jetzt hier ein bisschen fein justieren muss ich ein bisschen anpassen und hat sich hier bis knapp hat es nicht richtig getroffen die 830 ist ein bisschen fand ich persönlich ein bisschen schade wir hatten extra vorher noch mal mehr rumgeschickt und haben zu unseren leuten im dienst gesagt 830 bis 800 das ist und ein schöner kreuzwiderstand übergeordnet natürlich wo wo so eine abwärtsdynamik auch erstmal zum erliegen kommen kann und zum erliegen kommen kann und auch eine gegenbewegung einleiten kann die durchaus bis 15 100 da eben gehen kann und dann ist 15 100 gerade aber gesagt na gut wenn er über 15 100 drüber springen dann ist auch noch 15 300 möglich und das hat er direkt abgespielt wäre für mich ihren programm für den dienstag gewesen hat er hier aber schon gemacht und wie gesagt und leider das kleine mühe halt verpasst aber es war also ich fand es auch gut zu erkennen hat halt wirklich die neuen tiefsten da unten erstmalig wirklich nicht mehr verkauft also technisch eigentlich schön sauber gespielt der dax wenn man sich denn auf ihn hat einlassen können und das ist so der punkt weswegen wir uns auch vorgestern und gestern ja auch gewissermaßen immer viel zeit für euch letztendlich nehmen oder ich mir zeit für euch nehme um euch da ein bisschen drauf zu vorzubereiten um diese typischen fehler durchzukommen stop loss kein stop loss position im minus ausbauen für diese klassischen fehler die hat viele immer wieder gerne machen um einfach davor zu schützen dass man letztendlich dann hier in seiner bewegung halt dann irgendwie noch irgendwelche longs drinnen hat die man dann wahrscheinlich genau im falschen moment hier irgendwo unten abschießt bevor der markt wieder komplett volle banane nach oben wieder zurückdreht ne und das hat sich jetzt hier schon extrem nochmal ausgetrieben also wir haben auch ein neues tief gekriegt dass das insofern auf tagesebene schon recht prägnant ne hier unten ist der kreuz widerstand wie gesagt hat nicht ganz getroffen hat ein bisschen gescheut davor wenige punkte davor gescheut er hat das aber erst mal angehalten und wenn man jetzt hier ein channel ziehen würde über die hochs wäre das jetzt an sich abgeschlossene durchaus abgeschlossene korrektur bewegung abc vom letzten allzeithoch weg würde sogar ganz gut passen muss man jetzt wirklich ganz genau hingucken wie entwickelt es sich jetzt weiter was macht er jetzt am dienstag was macht er am mittwoch solltet ihr jetzt zum dienstag eine tageskerze hier mit tageschluss über 15 55 über 15 600 stellen dann kannst du schon fast wieder nach oben richtung 16.000 longs durchladen halt ne richtung 16.000 und 16.300 also die kerze hat schon mal einen so langen schatten dran das hat man hier selten gesehen auf der ebene was man aber oft auf der ebene gesehen hat ist eben dass immer wieder die tiefs gekauft wurden hier die ganze ebene ihr seht das von links bis rechts durchgängig im chart immer wieder auf dem niveau wurde durchgekauft heute auch dachs hat vom tief knapp 400 punkte nach oben wieder durchgespult das ist eine menge tobak es ist auch natürlich noch mehr tobak nach unten vorher drin gewesen das muss man immer ein bisschen im verhältnis betrachten denn die tageskerze ist noch rot aber der dienstag hat da jetzt so eine art richterspruch ne ähm sollten wir wie gesagt das zum dienstag weiter weiter aufwärts tendieren ähm über die 2,70 weiterlaufen 3,20 3,50 4,70 ähm und rein in die 500 5,50 und dann dort auch verenden den tag ähm dann bleibt hier definitiv die konterschance richtung 16.000 16.300 und dann auch 16.700 stehen weil dann wäre das hier eine apc und dann ähm würde das neu anzünden nach oben ähm ich würde jetzt persönlich noch nicht hier großartig nach longs suchen also auch wenn wir zugeschrieben hatten hier unten die zone dass man da leicht durch longs probieren kann ähm wäre ich jetzt um die Sachen nicht motiviert unbedingt longs zu suchen ich glaube eher dass der nochmal nach unten nachwehen kriegt ähm der montag war relativ schwach gewesen oder der der montag war brutal schwach gewesen trotz des starken konters bleibt trotzdem ein sehr 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 schwacher takt zurück ne selbst wenn wir mal den schatten komplett rausrechnen sind das von tageseröffnung trotzdem ja gut was sind das 200 punkte nach unten 200 250 punkte nach unten das ist halt auch eine menge holz mal den schatten ganz weggelassen ne und selbst wenn wir die 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 tageskerzerei nachtkerzenkörper formen steht sie auch unter dem trigger gut der trigger hat das ziel auf diese schräge linie die haben wir ja erreicht ne das heißt der ist ja der ist ja letztendlich jetzt hier erfüllt wartet mal hier klemmt die maus gerade das machen wir zurück das ist ja erfüllt ja der hätte da unten drauf gesetzt so wuffdi wuff das ist erfüllt rücklauf ist auch schon fertig und von daher könnte man das eigentlich schon fast wieder zu den akten legen was er auf den tagesstatt gemacht hat äh auf den tagesstatt gemacht hat weil das programm ist einmal durch wichtig auf tagessebene wird jetzt halt erst wieder dann hier unten der bereich um 14.500 ne soll natürlich auch bedeuten wenn unser dax nicht auskontert nicht die 440 äh 550 500 hier zurückerobert jetzt am dienstag sondern einfach weiter nach unten fällt und aus dem band unten raushängen bleibt ohne dass er vielleicht so eine krasse bewegung wie am montag macht reicht ja wenn er einen 150 200 punkte abgibt ähm der tag aber rot bleibt und er hier steht dann hält er sich das natürlich offen hier unten auch noch auf die lilanine drauf zu hauen das darf man nicht vergessen und ähm wir sind noch kurzfristig abwärts gerichtet wir haben hier rote kerzen wir haben dynamik wir haben druck auf der unterseite ähm wie gestern eigentlich ne wir haben zwar eine möglichkeit einen konter zu stellen ne mit dem tagesschluss aber das muss auch erst kommen genau wie wir gestern gesagt haben er muss eben auch erst früh die beiden kerzen grün hinstellen und dann nach 10 uhr neue takesshochs generieren um sich diesen konter zu aktivieren so wie wir in den ganzen letzten montag nach den verfallstagen gesehen haben genau so würde ich jetzt hier auch rangehen und sagen okay der kann gut durchschladen wegen einfach wegen dem wegen der fetten reaktion hier 400 punkte vom tiefweg das ist fett wenn der dann jetzt noch die kerze rausnimmt komplett jetzt zum dienstag und sich hier über 55 dann kann der voll durchschladen nach oben aber richtig fett ne dann drückt er sowas nochmal zum frühstück am mittwoch nach oben weg und dann guckt man halt blöd wenn man dann nicht reagiert deswegen wenn er das auskontert echt krasse konterchanse dann nach oben macht er das aber nicht zieht er nicht nach oben durch bleibt er unter 2,70 rechne ich damit dass er zum dienstag wieder zurückgleitet das kann sogar unter das tief nochmal gehen ne das wäre nicht ungewöhnlich ich glaub's bald nicht könnte mir aber durchaus vorstellen dass wir so einen kleinen Schiebetag nach unten bekommen der dann vielleicht so 150, 200 Punkte tiefer schließt ne nochmal so in den Bereich um 15,80 ran das ist ja auch eine gern gesehene Zone gewesen auch hier diese 15,10 15,80 15,10 so in dem Bereich das könnte ich mir am Dienstag nochmal vorstellen ohne großes Tamtam ohne große Bewegung ne und von daher würde ich sagen können wir hier was machen was machen wir jetzt hier was machen wir jetzt hier also was machen wir jetzt hier da muss ich warte mal ich klicke mal kurz Pause das muss ich mir erstmal überlegen so jetzt muss ich bloß ein bisschen auffassen dass es nicht zu unübersichtlich wird also ich könnte mir ganz gut vorstellen dass wir jetzt an diese Kante hier die hier um die 3,50 liegt dass wir die zum ähm zum Dienstag jetzt noch anlaufen vielleicht sogar per kleinem Aufwärtsgap ne und er sich dort dann in den Bereich wieder eintritt und auch deutlich zurückkommt ne ich kann mir das gut vorstellen diese 100, 200 Punkte nach unten ähm wird wahrscheinlich sogar in der kompletten Spanne von Tageshoch bis Tagestief ein bisschen mehr zurücklegen dann aber wieder zurückeiern dass sich jetzt einfach hier noch ein bisschen seitwärts festhält und das einfach aufrecht erhält die Bewegung aufrecht erhält und hier ein bisschen runter geht aber man muss halt auch sagen das ist ein echt krasse Konter also stand jetzt schon vom Tiefweg jetzt kommen wir genauso dynamisch hoch wie wir runtergekommen sind ne also von den Kerzen 200, 200, 200 hoch sehr gut ausgekontert Angelfing gestellt hier ähm der kann auch durchladen halt deswegen muss man sehr genau hingucken macht er im Bereich um 15.350 jetzt überhaupt eine Drehung oder steigt er gerade durch steigt er gerade durch und bläst uns auch noch über die 420 dann geht er zurück in diese 550er Zone die auf Tagesschau zu wichtig ist und selbst und wenn die dann noch fällt nach oben dann sind hier auch tatsächlich wieder 15.700 und ähm dieser Gap-Close hier bei 15.77 oder was das ist ja 15.769 die sind dann auch wieder Thema ne und deswegen ähm wirklich genau hingucken in dem Bereich wir brauchen jetzt wieder eine Drehung nach unten rote Stundenkerzen idealerweise ähm gerne nach einem etwas positiveren Start dann hält er gutes Zeug sich nochmal zurückzuwühlen wie gesagt neues Tief grundsätzlich möglich dazu müsst ihr aber eigentlich einen Abwärtsgap bringen das wird er nicht schaffen wenn er einen Aufwärtsgap bringt ne also da müsst ihr wirklich schon tief reinkommen unter 15.150 fast damit er hier ein neues Tief zum Dienstag reingeschlagen kriegt ansonsten glaube ich nicht dass er die Dynamik vom Montag halten kann äh einfach weil die Montage auch eher die voluminöseren Tage dann sind ähnlich wie die Donnerstage ne und da wird es einen Dienstag schwer haben das jetzt nach unten rauszuheben ne ich würde eher so rechnen so 250 300 Punkte Tagesspanne und ähm könnte mir das hier eigentlich ganz gut vorstellen möchte aber dafür auch wirklich erste Umkehr sehen ich will wirklich sehen dass der dass der Abflacht hochzu Dynamik rausnimmt eindreht flach zur Seite geht und dann nach unten weghebt und wieder zurückrudert ne also ansonsten bleibt er so dynamisch wie der vom Tief weggekommen ist dann rennt er uns sonst nach oben wieder das kaputt und dann macht er das was wir eigentlich ja gestern schon besprochen haben ne mit diesem Komplett wieder zurück Freitag Verfallstag Späche und dann am nächsten Tag wieder Komplett zurück bloß halt um einen Tag verzögert ne aber da würde ich einfach aufpassen weil das ist zu viel Dynamik es ist ja zu viel Dynamik zu viel Kaufkraft die hier vom Tief weggegangen ist also 400 Punkte den DAX hier in so kurzer Zeit nach oben zu heben das das haben wir so kaum im Chart das haben wir noch im Chart ne das ist sollte man deswegen auch nicht ganz vernachlässig ganz ignorieren aber der Abwärtstrend ist noch aktiv ne und deswegen würde ich erst mal erwarten dass wir runter gehen und dieses wenn er aber höher geht wenn er denn die einzelnen Sachen hier umspringt 55 per Tagesschluss und so weiter dann werde ich zunehmend auch bereite Longs zu suchen so würde ich mich am Dienstag tatsächlich wahrscheinlich eher auf Short fokussieren trotzdem noch auch trotz des starken Kontos ne aber wirklich nur auf roten Kerzen grüne Kerzen würde ich jetzt hier nicht shorten wollen aus dem einfachen Grund dass der Schatten im Tagesschart viel zu lang ist gut ok also ich hoffe ihr könnt für euch was mitnehmen ich hoffe ihr habt den Donnerstag äh den Montag auch überlebt ne das sind natürlich kritische Tage ähm das bietet viel Raum für Fehlentscheidungen da wird es den einen und anderen geben der hat früh den Short abgebrochen hat hier unten den Short reingelegt und ist dann hier ausgestopft worden sowas gehört dann dazu ne und deswegen kurze Trades halten eng absichern Subloss hinter die Kerzen werfen hinter die markanten Tees ne und versuchen wirklich mit der Bewegung mit zu schwimmen das haben wir jetzt wirklich zwei Tage ineinander eingetrichtert ähm sowas merkt man es dann halt auch was es hilft ne wer hier 10 Longs dagegen gebuttert hat und dann hoch zu nur Short der macht halt einfach was verkehrt das ist so ne gut ich mach jetzt hier aus wünsche euch viel Erfolg gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss bis dahin